hallo hier bei kühler betreten von unserem rosti-kanal und zu einem kleinen neuen fnappen gehen wir uns auf jeden fall vielleicht den barrios 2 in der outcast edition meine mitglieder haben das ja schon gesehen aber es war ein bug und er hat jetzt gepatcht anscheinend und jetzt soll es funktionieren richtig vorbetöner ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne dass hier alles nicht machbar zu realisieren wäre vielen vielen dank freunde für eure enorme hilfe vielen vielen dank soo new game wie gesagt ist 500 warios 2 bloß halt in der outcast edition das überspringen wir alles mal hier kann man sich nämlich hier alles sparen dieses getötete kann man sich alles sparen wir wollen euch jetzt mal actionchecks sehen hier haben wir eine map hier haben wir den turn on generator immer schön hier um den saft kümmern und mal schauen ob jetzt animatronics kommen weil die uhr lief auch nicht weiter und sind keine animatronics in der ersten version gekommen aber es soll ja jetzt funktionieren das klassische wario 2 also alles nichts neues und ich bin ja schon mal gespannt ob die uhr weiter läuft oder nicht oder nicht oder wohl oder übel wie gesagt er hat gepatcht er hat gepatcht hat er gesagt weil ich hab nämlich geschrieben äh nothing happens no animatronics naja ein uhr jo er hat gepatcht aber immerhin einmal animatronics sei ich trotzdem nicht öhh wo da ist werat animatronics naja ohr wo ist werat animatro uhr nix keiner kommt alles easy ein uhr was ist jetzt daran outcast kann mir das mal jemandem erzählen keine ahnung I don't know zumindest läuft mal die uhrzeit das ist schon mal ein erfolg Letztes Mal habe ich ja aufgenommen und aufgenommen und aufgenommen und nichts ist passiert, man sieht ja. War ja fool, ne? Aber es kommt keiner. Re-Start-Kamera, guck, da kommt ein Böbelblös. Was, ich blickse eh nicht, was wir denn machen, wenn ich jetzt jemanden überhaupt hier sehe, in der Hall, hm? Wo sind die Leute? Es kommt doch kein Lurch. Kein Lurch ist im Anmarsch. Was hat er jetzt getrieben? Muss ich dann dahin gehen, wenn er da ist? Wo ist es denn? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Woher hat die Animatronics? Wo ist Mario Outcast hier? Du mich auch, ja du Horst. Leute, ich nehm auf und nehm auf und nehm auf und es passiert nichts, wir haben jetzt 3 Uhr. 3 Uhr. Und niemand kommt. Outcast! Nichts passiert. Nichts. Nada, niente, nothing. Really? Huh? What the hell? 4 a.m. Really? Really? Einer ist schon unterwegs. Seh dann da oben. Oh? Oh? Ist das denn Luigi? Oh? Zumindest sehen wir mal ein Animatronic, auch wenn es schon 4 Uhr ist. Ob der ja dann noch jemals hierher kommt, I don't know. Und es ist sogar die Full Version. No. Wir haben 5 a.m. Da passiert in der Nacht ja wohl nichts mehr, ne? Also, es ist genau wie das normale 2er, finde ich, großartig jetzt hier. Was verändert in dieser Outcast E. Die sind halt ja wohl nicht, ne? Da könnte man ja noch mehr bei 2 machen. Bis 6 a.m. What? Er sagt bloß, die Nächte gehen noch bis 7 Uhr. Oh, Cam. Cam. Cam ist verreckt. Zum Wissenfall konnte man hier die Cam restarten. Er steht immer noch da oben. Ja, was ist das von der Horst? 6 a.m. Die ganze Zeit ist 6 a.m. Yoshi. Yoshi, Yoshi. Und wo ist die Löse hinten? Wir haben 7 Uhr. 7 a.m. Wir haben 7 a.m. Wir haben 7 a.m. Wie lang gehts so eine Nacht? Kann man das jemand mal sagen? 8 a.m. What the hell? Is going on with you. 8 Uhr. Will er mich jetzt ganz verarschen? Ich spiel... Ich hab schon lange Feierabend. Yoshi? Yoshi? Irgendwie war vorher noch ein ganz anderes Spiel oder nicht? Ein ganz anderes Camp. Oder soll ich mich? Ja! Entschuldigung? Was, was muss ich machen? Hä? Er ist weg? Was? Was ist das für ein Müll? Wir haben neun... Nein... E... A.M. Neun Uhr. Nein... A.M. Ten? Really? Really? What the fuck? What the fuck? Wirklich? Also das ist nicht enttäuschend. Das ist nicht enttäuschend. Really? Pssss... Was koche ich? Yoshi. Das sollte Yoshi darstellen. Jo. Eleven A.M. O.M. 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 Eleven. Eleven Past Nine. Na dann passt das ja grad auch von der Länge her mit einem Part. Mario. Also Kinders. 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 Stroke Ch histólimen. So was von billig gemacht. âteiz es ist... Aber es kommt echt nix raus da tällais. Wahnsinn! Wahnsinn! Wanne Staats Hai moet die! twelve... Leute! Er. Outkast, was heißt Outkast? Outkast, was heißt Outkast, was heißt Outkast? 1 AM! Er geht nicht weg, er geht nicht weg und wir haben 1 Uhr. 1 Uhr! 2 Uhr! 2 AM! Ne, Leute! Mach Jumpscare, mach Jumpscare! Er macht ja nicht einmal ne Jumpscare! Der kriegt ja nicht einmal hin, einen Jumpscare auf die Reihe zu kriegen! Ja! Was? Jumpscare mich doch endlich! Mach Jumpscare! Los! Jumpscare! Jumpscare! Warum spiele ich sowas? Weil nichts besseres rauskommt! Es kommt nichts raus! Und warum Jumpscare hat er mich nicht? Ich weiß es nicht! Und er hat es gepatcht! Ja! Ja! Ich habe es gepatcht! Ich kriege es zu viel! Freunde! Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen! Würde uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem rostigen Kanal! Bitte bewertet euch das Video! Schreibt was in die Kommentare! Aktiviert die Glocke! Und falls ihr noch kein Abo habt! Einfach nur aufs Köpfchen zurück! Press den Hitbutton! Du subscribe! Ansonsten genießt das Leben! Habt Spaß! Passt auf euch auf! Übertreibt es nicht! Habt trotzdem Spaß! Und bleibt vor allem gesund! Wir sagen, tschö, mit Ebenfingerdingerrottet! Die kriegen es nicht genau, einen Subscribe zu machen! Euer Sam Teddy, der Minion, der Restraselbande und der Rossi, der alte Mann! Und der ziemlich mehr wie frustriert ist! Thank you! And goodbye! Goodnight! Tudu! Ciao!